Hey Leute was geht und willkommen zu dem kleinen Info-Video. Ich werde oder habe mich jetzt beschlossen und nach Beratung mit zwei Admins, das ist ein Discord-Admin-Team und nach länger auch Überlegungen, aber ob wir zusammen mit dem System kommen, dass ich jetzt tatsächlich erstmal in der nächsten Zeit auf Twitch livestream werde. Weil YouTube da nicht so läuft, ist eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht wieder ein bisschen verbessert und ich will einfach nochmal auf Twitch neu durchstarten. Ich sitze jetzt auch wirklich richtig länger dran und habe jetzt auch ein neues Streaming-Programm hier runtergesogen und bin gerade dabei das auf Twitch einzuristen. Und da will ich jetzt ganz einfach mal schauen, wie gut das funktioniert. Und deshalb plane ich jetzt heute ab 20 Uhr mal einen kleinen Test Mario Kart Stream, der jetzt eher nur dafür steht, das einfach mal testen, funktioniert das neue Programm, funktionieren meine daraus eingeristeten Layouts und alles drum und dran. Und ab nächster Woche plane ich es dann zweimal in der Woche regelmäßig auf Twitch zu streamen. Ich werde das dann nachher im Twitch-Stream dann auch sagen, wie das funktioniert, wo ihr sehen könnt, wann ich live bin. Und ich habe gerade nochmal geschaut, das jetzt mal auf das Live-Stream ist doch ein bisschen länger her und die haben wahnsinnige Updates bekommen und es ist wahnsinnig viel besser vom Handling her. Und muss ich sagen, erster Eindruck hier auch deutlich besser, wie bei YouTube das eigentlich ist. Ich darf mich überraschen. Mich würde freuen, wenn ihr beiden kleinen Tests dabei seid. Heute Abend 20 Uhr. Reif auf YouTube. Ist freundlicherweise. Genau. Und, ach ja, bevor ich es vergesse, ne, ähm, soweit ich Videos zu beenden habe, jetzt ist mir noch eingefallen, ähm, ich tue tatsächlich jetzt in nächster Zeit immer zuerst bekannt geben, wenn es auf Twitch streame, ne. Also ich sage dann so und so, ich streame jetzt auf Twitch, mache jetzt am Anfang, bis es ein bisschen, ja, ich sag mal, gängiger geworden ist. Dann wirst du irgendwann, bis es halt ist auf Twitch streamen. Dann brauche ich es ja nicht mehr zu sagen, aber in den ersten paar Malen, gibt es immer noch auf YouTube auch einen Hinweis, wenn wir unten die Tab, so. Ich streame das jetzt auf Twitch.